Ein verstrahltes Haudi-Volks bei Don Rico. Nein, ich weiss jetzt nicht, ich bin auf dem Photomotor, so habe ich jetzt ein Foto gemacht. Oh cool. Ja, habe ich jetzt mein Ding gemacht? Ich habe keine Ahnung im Fall. Oh, ich kann Bitarre spielen! Geil. Wow, pure Mapko. Hm, ich habe keine Ahnung. Die Gitarre mit, ne? Super geil, die Gitarre mit, ne? Spiel ein. Ja. Hä? Aha. Ja. 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 Ich habe hier einen Ortbeuner. Oder ich mache ein Zeug mit mir. Fernseher abgestellt. Oh, Musik! Es gibt ja Buttercup, was ganz ist. Geil. Ich gehe mal duschen. Was? Nur so kurz? Das ist mit dir. Die dusche zwei Sekunden. Wer kann es jetzt spielen? Von der Morgenroutine. Ladeholaband. Oh, Minigame. Ah, ist das, was der Gronkh im Jahr gespielt hat? Nein. Ähm... Ups. Lauf ist so flüssig und so komisch. Terminal. Terminator. Sie sind eingeladen. Countdown zum Rückeroberungstag. Wer? Alle. Einen frohen Rückeroberungstag. Heute ist es so weit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesem Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Oh, Essen. Oh, ich will da. Pitboy. Let's go. Let's take the Pitboy. Let's go. Let's take the Pitboy. Aktivieren. Ja, das habe ich auch alles gemacht. Duschen. Trink. Ahhhh. Gell. Ahhhh. Lauf abo. Aktivieren. Ahhhh. Music. Wir brauchen auch Musik. Ok. Am Kämmerli kannst du noch nichts lauten. Nein, eigentlich nicht. Also ich weiss nicht, vielleicht eben, wenn du Waldboy hast. Schau jetzt mal, wie die Gitarre mitnehmen kann. Nein, ich kann sie nicht mitnehmen. Ups. Sofa sitzen. Essen. Oder besessen. Lampel benutzen. Daraus ist ein Roboter. Hast du irgendwie Waldboy schon genommen? Ja. Also Pitboy. Ja. Ich kann die Gitarre nicht mitnehmen. Mano. Ich muss unbedingt raus eine Gitarre finden. So geil. Drücken, um Pitboy zu öffnen. Rückenrober umsteig. Oha. 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 Pipp, 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 Aktivieren gewesen. Stimmt. Rund. Jo, ich geh mal raus, ne? Sie wurden mit nichts geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vortek stolz auf Sie ist, dass ich stolz auf Sie bin. Sie sind in der Rückkehr, Ugo. Sie sind in der Rückkehr. Sie sind in der Rückkehr. Sie sind in der Rückkehr. Ich habe eine eigene Mission. Komm, drei in Appalachia. Ich bin in der Rückkehr. Ich bin in der Rückkehr. Sie sind in der Rückkehr. Äh. Wie ist es? Aha. Pipp. Wir müssen dann noch kurz schauen wegen Gruppen und so. Mhm. Oh, Kaffeemaschine. Ah. Hörst du das Pink Panther Musik? Hallo. Unzugänglich. Uh. Ich kann die Maschine aktivieren. Ich wäre jetzt in der Küche. Nein, nicht. Du kannst irgendetwas aufsammeln. Ja. Okay. Ich folge jetzt mal dem ... Ja, ich auch. ... dieser Pappfigur hier. Oh, da ist etwas. Schon? Wo? Was? Oben. Oben, links. Gerade. Stay hydrate. Redex. Nehmen. Auf. Wo habe ich das gefunden? Oben. Ja, dort vorne. Links. Am Roboter vorbei. Hier. Oben. Ach, der ist weg. Dort. Genau. Näher. Also hier oben, gleich. Ja, hier, wo du jetzt bist. Stopp! Nein, stopp! Aha! Ah! Ja, so weit bin ich gar noch nicht gesehen. Mo, du bist ja vor dem Tisch gestanden. Ah, mo. Nein, ich denke vorher, als ich gefragt hatte, ob du etwas aufsammeln konntest. Ja. Genau. Genau. Ganz richtig, man. Kostenlose Probe. Lecker. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Drücke, ich habe schon einen Rachen. Red X. Red X. Red X. Red X. Red X. Red X. Red Away. Still Pack. Alles klar. Yay, Partyhut. Auf den habe ich gewartet. Wo hast du das gefunden? Wo hast du das gefunden? Wo? Das wohnt weiter runter. Es muss furchteinflößend sein, diesen wahren, sicheren Ort zu verlassen, unter einem geheimen Geburt. Ah, ja. Vor die Hut. Yay. Wenn sie hinausgehen, finden sie einander. Zusammen sind sie stark. Nutzen sie ihre Gemeinsamkeit. Und die Unterschiede. Bluten kann man gegen Manni. Okay. Äh. Mal Tagbericht. Nee. Beer. Ja. Da. Die. Đング. Das Überleben draußen wird ein Kinderspiel sein, dank des Computerassistenzsystems für mobile Produktion oder kurz gesagt Cam. Sehr eingängig. Das Camp habe ich jetzt aufgenommen. Oh, Spielkarten. Okay. 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 Aha, es gibt dann auch noch so Unterklassenen. Mhm. Ah ok. Action Girl. Regenerieren sich 15% schneller. Mausdauer. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Stärke. Ok. Ankampfwaffeursachen nur 10% mehr Schaden. Ich gehe auf Ausdauer mal. Ich glaube ich gehe auf Stärke. Ich gehe mal auf Stärke. Ok. Glaub ich. Mit der Einhand und der Handkampf verursachen nur 10%. Nachkampf ist mehr Schaden. Ja. Ich bin eigentlich fast auch am sinnvollsten. Ok. Dann nehme ich all das. Komm. Gehen wir mal auf den Ankampf. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020